Die Hand. Die Leichenhand. Hier irgendwo. Die Leichenhand. okay ok hier sind wir ok und ein paar nehmen. Okay, jetzt müssen wir noch die Ente finden, die noch. Keine Ahnung, wo die hier rumkummern. Es muss nur irgendeine grüne Bank sein, eine Plastikstühle davor. Macht der einen Lärm? Einer von diesen Brust auf einen Schlüssel, den ich brauche. Hä? Ein Moment. Los. Okay, sehr gut. Da hat er eine Granate, kann sie nicht nehmen. Meine scheiß Schlüssel hat er noch nicht gehalten. Da bringe ich da schon mal was um. So, ich komme mal hinten mit einem Haus. Wo bist du? Ich bin in irgendeinem Tor, ja. Okay. Wie ist es so? Wie ist das? Wie ist es hier? Oh! Ich muss mal das immer flinsten, oder? Ich muss doch mal einer diesen blöden Schlüssel haben hier. Wie oft ich ja schon war. Diese Drecksbude. Keiner von diesen Affen hat einen Schlüssel. Das ist ein bisschen funnisch. 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 Und das ist ein bisschen funnisch. Das ist ein bisschen funnisch. Das ist ein bisschen funnisch. Dann können wir vor Dich einen Schlüssel schießen, gehen wir gleich hier lang und springen über die Mauer. Bis zum nächsten Mal.